Viele klare Quellen entspringen im Nationalpark Eifel. Auf Ihren Wanderungen genießen Sie wunderbare Eifelblicke, soweit das Auge reicht. Unser Campingplatz liegt direkt am Rande des Nationalparks und ist optimaler Ausgangspunkt für Ihre Aktivitäten. Gerne planen wir Events für Sie und stellen Ihnen diverse mögliche Freizeitgestaltungen vor. Genießen Sie den Blick auf die Burg und machen Sie Camping im gehobenen Ambiente. Etwa 35 bis 40 Minuten dauert der Aufstieg. Wandern Sie hoch zur Burg, genießen Sie die Aussicht und besichtigen Sie Niedegen und den historischen Stadtkern. Wenn es dunkel wird, ist es Zeit für ein Feuer oder den Nachtwächter. Begeistert dabei sein, ob jung oder alt. Hier fühlen sich alle wohl und haben jede Menge Spaß. Bei uns ist immer etwas los. In der Eifel können Sie viel Spannendes erleben. Hier ist ein riesiges Netz an Fahrradrouten für jeden Anspruch. Diese Ausblicke gibt es nur hier. Bei uns fühlen sich alle wohl und sind total begeistert. Welches Ferienobjekt ist für Sie das Richtige? Schlafen im Wohnfass? Oder lieber im Bauwagen? Oder klassisch in einem unserer schönen Chalets? Bei uns dreht sich alles um Sie und Ihren Urlaub in schönster Umgebung. Wann sind Sie eifelreif? Wir freuen uns auf ein ganz bald auf dem Campingplatz Hetzingen.